So, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Franzl, im Mittag und da ist Gripa Gola und es ist 7 Uhr morgens. So, weil die Folge erfolgen nicht gesehen hat, äh, Folge erfolgen, wo haben wir irgendwie in Lettland oder so und haben den Banker, Bankkonto-Typ hat irgendwie, ähm, ist der Präsident von Lettland oder so, äh, wer ist das? Ja, hast du Essen für mich? Ich hab drei Essen, kannst du mir nix sagen, warum? Nein, 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 okay, 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 ja, ja, pasch. Wie wie Franzl bist du da? Wie wie Franzl? Der, der, der dicke Typ wird nämlich, ja, okay, ich geh schon, ich geh schon, ich geh schon. Der dicke Typ wird nämlich irgendwie weg teleportiert, jetzt hab ich mittlerweile wieder da. Detlef ist ja weg teleportiert dran. Okay, ähm, hallo, Detlef. Hallo. Hallo, ist immer eigentlich der Haus? Ha, teleport. Na, oh, wo, wo, wo bin ich da? Ähm, okay, okay, wo bin ich da? Da sind Diamanten, nein, das sind keine Diamanten, wo bin ich? Und ich kann außerdem nicht reden, ähm, hab ich da wohl so geschnitten? Schau schon fast so aus wie aus dem Schweizer Käse, der Stickel, der rausgeschnitten worden ist. Äh, 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 all, allah, äh, okay. Hallo, kotze, kann ich da irgendwie vorbei? Kotze, äh, bis, wo bist du noch? Ich sieg auch mal kotze. Hab das Ding mal aufgeschwommen? Ah, da oben bist du, okay. Äh, wohnst du da oder was, wo man denn irgendwie rausgeht? Oder hast du ein Essen für mich kotze? Wo ist die kotze? Oh. Oh. Was ist das? Ist mein Herz oder was ist das? Was ist das kotze, bist du das? Okay. Ist da vorne irgendwas oder was ist das? Äh, kotze, was machst du da? Hast du deinen Computer oder was gibst du da? Äh, ähm, okay, bin wir gött. Okay, ähm, wo immer ich auch bin, ähm, was hab ich denn noch immer? Mein Pet, ne? Okay, die vielleicht ist noch schon, das ist ja Detlef seine Mutter. Ähm, hab ich da irgendwas, das kann ich kugeln. Wie komm ich aus einer Schlucht, äh, raus? Ich glaub, das kann man einfach machen. Ah, Schlucht, äh, war das ja runter scrollen. Schlucht, Schlucht, Schlucht. Ah, wie kommt man da? Ah, das ist ja klar, ein Typ. Die Höhlen, du, was ist das? Was ist der Typ, der irgendwie draußen geht? Das ist ein Riese oder irgendwas? Was sind das für Geräusche? Kurz, was du, wer bist, äh, hallo? Hi! Ah, hi! Endlich, Freunde! Freunde, ähm, warum ist das da? Himmel, oder? Meine Schwester! Oh, okay. Bist du jetzt auch meine Schwester? Ja, ja, okay, bin ich, aber ich hab zwei und halb Herzen, ich will, ich muss, hast du irgendwas zum Essen? Äh, 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 witzig. Oh, 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 ja, das, danke, Detlef. Ah, gut, ich weiß, aber ich weiß, Detlef. Oh. Oh, oh, oh. Oh, okay. Oh, okay. Oh, ja, ja, alles gutt, alles gutt, alles gutt. Oh, wotas was war das? Äh. Oh, ich glaube, ich habe, ich habe undräumt. ja da war irgendwie so ja alles gut was ich glaube ja was ist okay ja computer alles gut was wort ist was nicht was du sagst du hast du da hallo ja alles gut was wir sehen von mir warum musst du da ja na es jetzt kurz nicht mehr wer bist du überhaupt der vierzel bitte nicht schau bitte nicht schau okay alles gut okay Ok der wird jetzt nicht oberfliegen Erstmal schnell essen Oh, ich hab das einfach platziert Ok So So Ok Wo ist eigentlich die Tiersche wieder offen Oh, hast du die ganze Tiersche offen Dein Bruder hat mich grad fast gekillt Was ist das? Wenn fliegen hinter fliegen 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 nach Wenn fliegen hinter fliegen 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 Was? Wenn fliegen hinter fliegen 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 Wenn fliegen hinter fliegen 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 nach Ja, der ist richtig Ok Ok Ah, wenn fliegen hinter fliegen fliegen Ähm, was willst du? Ähm Ah, glaub ich das war Der Bruder steht im Weg Ah, ok Ok Na, na Ich will nicht leben, ich will nicht leben, ich will nicht leben, ausgut Er steht schon Na, na Ist passt schon, ist passt schon Ah, ha Hallo Ähm, hallo, hallo, hallo Ist da wer? Oh, ähm Ja, was war Haben sie ja Haustiere Was ist das? Haustiere, das sind keine Haustiere Schauen Sie das genau an Das sind keine Haustiere Schaut, ähm Wo er auch immer jetzt hin ist Das ist nicht zugelassen Was ist nicht zugelassen? Das ist im Bopplaner weiter rum Ok, dann sind Willi Im Wilhelm Von der Bank Alter, ich geb dir einen kleinen Willi hier in den Dings Was ich eine Mieten zahlen Ah, aber Der Will, Wilhelm hat gesagt Ähm Die ist, äh Die Erweiterung Das ist, also Willi hat gesagt Das ist, also Willi hat gesagt Das ist alles, ähm Im, im Hinzutz einberechnet Dass das alles, äh Genehmigt ist Und Ich brauche jetzt eine Mieten Ok Sonst gibt's Ähm, wie viel Mieten brauche ich es? Sagen wir es ja genau Und es wuscheln Ok, da haben wir es eine Mieten Du wuschst kriegst Mehr Ja, da Noch mehr Jetzt haben es Die Letzte Mieten Und jetzt die Diesmalatige Mieten Oh, da Mehr habe ich nicht Alle Letzte Äh, sind Zambra-Kratzl Wollen Sie mich Komplett-Hubs nehmen? Ok, ähm Da Ähm, da Das ist wirklich Alles Allerletzte sind Stickel aus meinen Hosen rausgekratzt Oh, nie Was weiß ich Man gibt's Man heilt's Man heilt's aber wirklich Oh, oh, oh Ok, ähm Ich brauche wirklich Am Mieten Ich brauche wirklich Noch wieder Geld Ganz, ganz Geld liegt da drüben Da habe ich noch Schnitzel Aber jetzt habe ich eigentlich Steak und der Cooked Borg Schnitzel Ähm, ok, ähm Franzels Ähm, hallo Ok, nein, nein, kurz Zeit schon Ich erkläre dir was, gell? Der Vermieter, der ist wirklich böse Der Hallo Dann Ähm Hallo Oh, ha Wom Ist da As Das hast du zu Hallo Kein Eingang Kein Eingang Oh, Schnippelle Oh, äh Jetzt ist ein Eingang Warum? Ach, haben wir noch Eingang Ist das du zubaut, Detlef? Detlef kann duschen In Frieden In Frieden Oh, ähm Detlef Du schnackt Detlef, ähm Mit Hose Detlef, ich komme da glaube ich irgendwie nicht mehr raus Badewanne Badewanne, ja, das ist eine Badewanne Was? Badewanne, rede zu Detlef Hallo Badewanne, rede zu Detlef, ok Badewanne, äh Woh, woh Ah, ah, ah Oh, oh, ok Ähm, ok, der Detlef ist gerade irgendwie wieder wegdelportiert Oh, Badewanne, ah, dann scheint böse erzielt, ich glaube Detlef, die Badewanne ist irgendwie Ich glaube, die Oh, Ding dann Ich weiß nicht, ich glaube die Badewanne Und wirklich reden kann zu mir Ja, ok, Badewanne Ok, Badewanne Oh Was ist das? Hm Ok, was willst du mir sagen, Badewanne Oh, was, nein, nein, nein Was ist das? Ironic Ok, aber die Badewanne Ok, ähm Jo ja, Fett, äh, drauf geh Oh, hallo Ironic, sagst du es eigentlich konstruieren? Warte mal W-was, warst du gerade? ja die bad oh hallo ah hallo katz ja mein tag war gut Geld nehm ich mehr okay Geld ist ja für die Mieten oder okay da muss man was essen zum mitnehmen Mac drive und so wie sie sehen oh du kannst da glaube ich nicht raus schauen bist du auch zu essen also sehste Mac drive Mac Franzl drive ähm gut okay ähm was ist das Jetpack oh ich kann ihn nicht ausziehen kann ich irgendwie aussehen Slotpack kann ich irgendwie da da ausziehen glaub schon oder oh ich kann wirklich verlieren okay die Jetpack die neb ich immer auf äh wir können da Factions äh da kann ich aussehen okay ähm oh okay ja ja alles gut ich äh mach mir lieber wieder zu oh okay ah Fenster ja Fenster sind immer gut kotz ähm so ne ich sie wieder was ähm ja Fenster sind immer gut was ist echt da oben kotz wohnst du da oben oder wo wohnst du eigentlich kotz haho ich bin ich riesig verweckert ein Cheeseburger ja ja anze a sekunden ach wer ist der Cheeseburger da ist der Cheeseburger okay was ist das ähm ein Cheeseburger ja ähm das macht oh na wo ist der hier jetzt oder cheeseburger bestehung für cheeseburger hallo Ist es ein Wecker? Was ist da oben? Wolltest du da oben? Oder? Okay. Du springst auf... Ja, was ist ein Nobbes? Nobbes. Ein Nobbes willst? Da Nobbes. 5,99 Euro. Nobbes. Ihr macht einmal die Mieten für 2 Monate. Nobbes. 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 Okay. Hat er mir einfach eine Schüt gegeben. Ähm, okay. Ich habe jetzt einen McDrive da da. Oder McFranzelDrive oder sowas. Den hat er einfach da aufgebaut. Okay, ähm. So, ich brauche noch irgendeine Stirn oder so. Ich habe einen Chatpack. Ja, ähm. Was willst du? Ah, hallo. Willst du irgendwie, ähm. Ich glaube du bist gewachsen. Du warst glaube ich immer kleiner. Ja, na. Egal. Was willst du? Ähm. Ein Steak oder? Ja. Da haben wir ein Steak. Nö. Äh. Du hast immer ja gesagt. Äh. Da haben wir ein Steak. Ja. Vielleicht dieses Steak. Ja. 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 Mehr Steak. Ja. Oh. Okay. Ja. Das hört sich immer gut an. Aber willst du noch irgendwas? Äh. Geht rein. Ja. 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 Äh. Oh. Ja. 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 Äh. Ja. Äh. Oh. 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 Okay. Ja. Ich glaube der ist ja verschluckt und irgendwie. Da ist das Steak geblieben. Ich weiß nicht. Äh. Okay. So. Ich lage jetzt mein Jetpack da irgendwo ein. Wo kann es ein einlagern. Was noch gut ist. Ich glaube da. Da steht es eh keiner. Da habe ich noch ein bisschen Geld irgendwie gekriegt. Äh. Was für ein Kühlschrank. Der ist eigentlich schon fast voll. Und der ist einfach da schon Geld. Das behalte ich mir eigentlich. Äh. Da ist immer noch mein Traktor. Wenn er am Kühlschrank. Einen Donut. Und eine Cola bitte. Oh. Eine Cola und eine Donut. Cola habe ich natürlich. Einen Donut. Äh. Ist leider ausgekauft. Geht ein Steak auch? Nein. Oh. 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 Warte eine Sekunde. Ah. Nein. Kannst du sein. Er wird sich einsperren dafür. Ähm. 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 Donut. 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 Und eine Cola. Okay. Danke. Das war Kartoffeln. Aber der ist vor allem schon nett. Einen Dollar gibt er nur. Für einen Donut und eine Cola. Okay. Ähm. Stimmt. Ich habe mit dem Schüter irgendwie werben draußen. Mac 3. So. Ähm. So machen. Oh. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Äh. Warten sich. Du bist doch eingetragen. Wo ist es eingetragen? Ah ja. Ich wollte nur sagen. Ihr Bankkonto ist abgelaufen. Abgelaufen? Und wir haben es 7 Tagen gelöscht. Abgelaufen? Oh. Kann ich irgendwie irgendwas anders? Äh. Irgendwas. Alles was eingelegt haben. Ist dann weg. Es war gar nichts eingelegt eigentlich. Okay. Bis jetzt der Bank. Es war aber gar nichts eingelegt. Oder? Die haben vor einer Stunde 1000 Dollar eingelegt. 1000 Dollar? Ich glaube. Okay. Ähm. Ich bin gleich wieder da. Äh. Sie sind ein bisschen gewachsen. Ein bisschen gewachsen? Äh. Oh nein. Ich glaube. Ich glaube da Baby Franzl. Oder 1000 Dollar. Oh oh. Baby Franzl. Äh. Sind wir da? Ich glaube die sind noch gar raus. Ich muss wieder leise. Äh. Baby Franzl. Okay. Da tanzt er immer noch. Ich glaube der ist nicht da. Oh. Ist der, ist der kleiner Bruder da? Ich wollte davor anfangen. Ist der kleiner Bruder da? Okay. Äh. Ja. Ich bin schon weg. Ähm. Hast du irgendwie 1000 Dollar eingelegt? Bist du? Kannst du da irgendwie arbeiten? Ja. Genau. Warte. Ich mach nur eine Werbung da. So. Mac. Franzl. Treff. Treff. Ja. Treff. Ihn. Noch ein Pfeu. Äh. So. Ja. Ähm. Der Pfeu. Okay. Ähm. Du willst dich schon haben. Okay. Ähm. Du wieder geben. Ähm. Okay. Es war immer alles fliegen. Wenn fliegen 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 fliegen. Hinter fliegen nach. Genau. Ähm. So. Okay. Ja. Dann würde ich immer irgendwie sagen mit. Der reif ihn. Wo sind wir jetzt mein Haus ab? Ob das was wieder folgen? Willst du auch noch irgendwas sagen? Was hast du mir gegeben schon wieder? So ist das? Oh. Ähm. Oh. 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 Eugri. Nein. Oh. Oh. Shutdown. Okay. Okay. Ja. Coole Musik. Ähm. Okay. Am Video 26 folgen. Lasst ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke für mehr mein Graf Franzl. Und tschau. Now in the video. Tschau. Tschau.